Willkommen zurück, Leute, zu Hogwarts Legacy. Das erste, was wir machen, wir rüsten Feuerzauber aus. Weil wir werden's brauchen. Ähm, lass ich mal drin unsichtbar. Arkyo find ich auch immer ganz nett. Ja, ich glaub, so gehen wir erst mal rein. Let's go, Leute! Drückt mir die Daumen, dass wir nicht zu viele Enferi treffen. Das wär echt gut. Da unten ist auf jeden Fall Sachen. Hier unten auch. Spinne oder Ratte? Verschlossen. Ja, wir müssen die... ...Motte mit einsammeln. Das ist nicht das Problem, mein Schatz. Das ist nicht das Problem. Bei Merlin's Bad. Ratte. Truhe. Unsichtbarkeitszauber. Farbig gestreifter Schal. Hm, da unten ist wieder eine... ...Türe. Was passiert? Kriegen wir jetzt gleich Ärger auf dem Hinweg oder kriegen wir den Erst auf dem Rückweg? Okay, hier sieht schon nach Kampfplatz aus. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weiter. Reveilio. Ja, die Frage ist, meine Liebe... ...was passiert? Oh Gott. Es sind schon zwei. Kriegen wir die dritte hier zusammen? Nee, na? Konfringo! Der Kolso! Da ist die letzte. Reveilio. Okay. Ich glaube, jetzt geht's gleich los. Ich will nicht, dass es losgeht. Oh-oh. Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht allein bin. Das haben wir alle. Reveilio. Yep. Hm. Oder nehmen wir zwei von denen zaubern. Das ist heute, glaube ich, tatsächlich, äh, noch nen. Scheiße, was habe ich jetzt gemacht? So. Hey! Wollte ich gerade sagen, als wenn der jetzt den nicht gemacht hätte. Jetzt habe ich extra nämlich gewartet gehabt, dass er aufgeladen ist. Darf ich nicht sammeln? Doch. Hauch der Toten. Ja, ich hauch auch gleich was, du. Da ist alles gut. Da oben ist auch noch eine Truhe. Ich mag das nicht, wenn einfach die Lichter angehen. Kommen wir da irgendwie hoch? So einfach nicht, ne? Haben wir irgendwas zum Verschieben? Da komme ich auch nicht hoch? Wollen die mich veräppeln? Aber Akio würde ich hier nicht gehen. Oder ich muss die, äh, Fackeln anzünden. Äh. Zwei. Drei. Keine vierte? Doch. Vier. Ne, ich hab vier Fackeln eingezündet. Das kann man mal mit Akio versuchen. Ne. Definitiv ne Truhe. Ne, ich hab keine Ahnung, wie man da hochkommt, Leute. Kann ich hier Besen verwenden? Hm. Dann Anni ratlos. Ein Versuch noch. Ein Feuerzauber. Ne. Dann gucken wir einfach weiter. Und hoffen das Beste. Und wir brauchen wieder Lumos. Kommst du auch gleich mit? Hättest du jetzt nicht mitkommen können? Liebe kleine Motte. Hm. Wenn ich es irgendwie antreiben könnte, dann ließe es sich vielleicht drehen. Da oben ist auf jeden Fall der Letzte. Ach so, brauchen wir, brauchen wir davon ein, eine Motte. Guck mal hier. Okay, jetzt ist wahrscheinlich die Leviosa-Kraft gemeint, oder? Genau wie auf der Tür. Genau wie auf der Türe? Auf welcher Türe? Der Pulso ist der Schlüssel. Ach, das ist eine Ratte. Ich dachte gerade, das ist ein Vogel. Oh. Das soll ja auch ein Vogel machen, ich steppe. Aber es sah gerade von hinten so ganz komisch aus. Und der Raum ist dann gecleared. Jetzt kriegen wir wieder ein bisschen was. Das macht auch diesen Raum dann. Fertig. Oh. Das ist das Grab, oder? Wenn das das Grab ist, wovon ich was ausgehe, geht wir natürlich darum. Was hängt denn da? Das wirkt instabil. Ups. Und hinab, der einzige Weg. Äh. Hinab, der einzige Weg. Aber wenn ich jetzt da hinab gehe, dann komme ich nicht mehr hoch. Kann das sein? Ich will nicht wirklich da hinab. Da ist noch ganz viel. Und hier ist auch noch Zeugs. Oh Gott. Wollte ich gar nicht. Wollte was für den Zauber wechseln. Komme ich mit dem Kasten auch dann an die andere Truhe ran? Oh, ein Schreibtisch. Das ist cool natürlich. Na komm mal mit. Echt jetzt? Darf ich nicht? Würde die da runter gehen? Nee, oder? Wir gehen in das andere Grabbahn? I don't know. Jetzt lass uns mal gucken. Hier ist nix. Hier ist auch nix. Dahinter ist was. Wenn wir dich anzünden, da hinten kann es sein. Die Plattform muss näher heran. Ja, ich sehe da die Accio-Zeichen schon. Hm. Kann ich mich selber hier verzaubern? Ich meine, die wird ja angezeigt. Achio. Achio. In Gadium Leviosa. So. Muss ich mit dir irgendwas bauen? Vielleicht hilft dir Achio. Oh. Achio. Achio. In Gadium Leviosa. Aber dass man auf das draufkommt? Hättet ihr das gewusst? Ja, kommst du bitte auch wieder hoch? Wow. Wow. Wie habe ich das gerade geschafft, dass sie sich da verbinden? So. Wenn ich sie nur heranziehen könnte. Achio. Ja, komm jetzt bitte wieder her. Darf ich nicht? Keine Ahnung, Leute, ob man das so machen soll. Schal mit Hauswappen. Wisstet ihr's? Ich hab echt keine Ahnung. Lauf mal runter. Was machst denn du da oben jetzt? Es schwebt da jetzt einfach. So. Vorsicht hin. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ehrlich nicht. Aber schön ist, dass eine so halb da oben rum eiert. Ich hätte ja gesagt, also meine erste Intuition wäre gewesen, ich muss die jeweils auf ein so Ding da setzen. Also praktisch die Skelette zu Ende bauen. Kriege ich jetzt auch was, wenn ich das jetzt nehme? Darf ich gar nicht. Okay. Und weitere gibt's ja nicht. Gibt's doch. Hier. Hä? Hier innen drin? Komm mal her. Ja, komm mal raus hier. Ich will da rüber. Kann es sein, dass es ein bisschen wackt? Ich krieg dir eindeutig nicht raus. Seht ihr das? Ich krieg das eindeutig nicht raus. Ich mach' ne Wette, die müssten hier drauf. So, jetzt gehst du bitte hier drauf. Komm hier. Ja, auf das Ding da drauf. Ja, jetzt gehst du mal hier drauf. Ne. Okay. An den Mittlerteilen am Ende. Ich hoffe ihr nicht. Aber ich hab's versucht, das kann keiner sagen, ich hab's nicht versucht. So, Leute. Oh. Da ist jemand nass geworden. Da geht's weiter. Geht's hier lang? Ich mag es nicht, wenn die ganzen Flammen angehen. Ach, jetzt sind wir wieder oben. Wir haben praktisch den Shortgrad aufgemacht. Oder den Weg zurück geöffnet. Sagen wir es so. Da können wir nichts machen. Da geht's nicht weiter. Also, let's fetz Richtung Richtung der Flammen, der Unheimlichen. Ich bin jetzt mal ganz schlau und sage, wir werden jetzt gleich ein großes Kabumm erleben. Nee. Habe ich Nee gesagt? Ich meinte doch. Wow. Nochmal eine. Oh. Wie viele sind das denn? Wir machen jetzt ein nach dem anderen. Richtig chillig. Wow. Guck mal, wir haben auch noch alte Magie. Können wir auch mal einsetzen. Ich möchte gerne den targeten. Das ist gleich das nächste. Zack. Weil wir kriegen eh genug alte Magie aktuell. Ja. Ich habe tatsächlich versucht, möglichst mit den harten Zaubern zu kämpfen. Aus dem Grund, weil die Inferi ja echt nervig sind. noch mal. Hörst du auf? Es ist nicht sehr nett, sich einzumischen. Vor allem nicht von dir. Boah. Alte Magie einsammeln. So. Kommen noch mal welche? Also spawnen die immer wieder neu oder haben wir es jetzt? Sonst würde ich ungern nämlich meinen Zauber wechseln tatsächlich. So. Ihr Süßen. Dann habt sogar noch einen kleinen Kampf gegeben. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht und wir schließen im nächsten Part auf jeden Fall das Grab hier ab, dann schaltet wieder ein. Dankeschön. Euch auch fürs Zuschauen bis jetzt. Und wir sehen uns bestimmt wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.